Es war einmal ein junger Schweizer, der vom Leben im Dschungel träumte. Bruno Mansa verwirklichte seinen Wunsch und lebte zusammen mit den Penan auf der Insel Borneo. Sie akzeptierten ihn als einen der Ehren und nannten ihn Lucky Penan, den Penan-Mann. Im Jahre 2000 verschwand Bruno Mansa irgendwo im Dschungel Borneos, ohne das Geringste zu hinterlassen. Weder von sich, noch von seinem Gepäck. Mai 2006. Unterwegs auf der Suche nach Spuren von Bruno Mansa. Als Wegweiser dient sein Tagebuch über das Leben bei den Waldnomaden. Die Geschichte seiner Leidenschaft für das Ursprüngliche, die keine Grenzen kannte. Die Geschichte des Kampfes um den Erhalt seiner neuen Heimat. Die Geschichte eines Abenteurers und Romantikers, den man auf Borneo König der Penan nannte und der zusehen musste, wie das von ihm wiedergefundene Paradies zerstört wurde. Die Geschichte des Kampfes um den Erhalt der Zusehen, die sich in den Erhalt der Zusehen, die sich in den Erhalt der Zusehen und die Zusehen und die Zusehen. Ah, okay.